Es wirkt ganz so, als wäre das Glück fortgegangen. Und das braucht Zeit. Aber das heißt nicht, dass ich aufhöre, den Samen des Glücks zu streuen. Die zwölfjährige Candice V ist eine kluge und wortgewandte Einzelgängerin, die alles versucht, um ihre von Trauer und Streit zerrüttete Familie wieder glücklich zu machen. Denn ihre Eltern haben auch nach Jahren den Tod ihrer kleinen Schwester noch nicht überwunden. Neue Inspiration findet Candice, als ein weiterer Außenseiter in ihre Klasse kommt. Douglas Benson glaubt aufgrund einer Kopfverletzung, dass sie aus einer anderen Dimension stammt. Zwischen den beiden entsteht schon bald eine tiefe und belebende Freundschaft. Das Blubbern von Glück, im Englischen Age is for Happiness, basiert auf dem australischen Kinderbuch My Life as an Alphabet von Barry Johnsburg. Die Hauptrollen spielen Daisy Axon und Wesley Patton. Inszeniert hat den Film John Sheedy. Auf der Berlinale haben wir die drei zum Interview getroffen. Was ist so speziell über Age is for Happiness? Ich denke, was so speziell über Age is for Happiness ist, ist, dass es ein Spottlight auf einen leitenden Protagonist, die eine zwölfjährige Frau hat, die ein hohes Enthusiasme hat und sieht das Gute in allen, sogar die Person, die sie beobachtet. Und ich denke, es ist ein sehr schönes Wissen, dass wir alle müssen, dass es, egal wie schlecht die Person ist, oder wie schlecht die Situation ist, Sie immer versuchen, die guten in es zu finden. Und ich denke, dass es sehr wenige Filme gibt, die das showcaseen. Was ich wirklich liefde über das Schrift, war das Bedeutung zwischen Humor und Pathos in es. Und ich denke, insbesondere wenn du geliebst, wenn du geliebst, eine Story mit so schweren Themen, wie Grief, und wie du das mit einem kleinen Audien zu machen, ich denke, es ist wirklich wichtig, nicht zu schüren von den schweren Momenten, zu lassen die Audience zu sitzen in die toughen Momente, zu nicht gloss über sie, aber auch zu lassen die Audience zu stecken aus in einer Welt, das ist ein leichter Heightened, wo man kann, zu erinnern, so it creates a nice balance and it does put young people in a safe space and I think we need to trust our young audience a bit more with these themes, with difficult challenging themes because they will navigate their way through it but what I do love about this is it's all through the perspective of Candice it's all her perspective and because she's such a bright girl and finds the good in everything the world is heightened for her but of course when we go home it's a house of silence and stillness so to play between those two worlds is a really wonderful thing it was tricky and we really had to keep our eye on it to create that fine balance so we don't want to patronize our audience but we also want to allow them a playful space to laugh and find ourselves in amongst all those characters and celebrate difference and what is so special about ages for happiness what would you say I think it celebrates difference and it's a very light and heartwarming Australian film that touches a lot of sensitive topics that sometimes everyone doesn't talk about so it's good to bring it up to the base I think it's also like sort of chase or like believe in what you believe in so like my character because everyone doubts him about what he believes in but just do you just believe in what you believe in I guess yeah wonderful and what is your favourite scene in the movie? there's a lot actually they were so much fun to film but I personally enjoy cooking so the cooking scene where Candice makes the hot shrimp po'boys that was fun to film because I got to mess up the entire kitchen which was great my favourite scene is probably there's a scene where you have to jump in the water that was fun, it was a fun day too im film müssen alle Schülerinnen und Schüler am Tag der offenen Tür zu einem bestimmten Buchstaben des Alphabets eine Geschichte erzählen Candice präsentiert das Haar das für sie für happiness steht when you can choose a letter and make a speech out of it like in the movie what letter would it be? ah wow never been asked that question before that's cool um I'd say F for family maybe along with maybe that can be dogs as well or everyone because I think throughout this whole journey family has been important so I'd choose F I'll choose F for filming because that's what I love to do it's my dream and I'll love this still do it and I love it yeah F for filming okay and H is for happiness yeah right I would choose H too and what would you say can the audience take out of the movie I hope they have a lot of laughs from it and tears and I hope they feel a difference in their life I hope they feel happy because the film is all about happiness H is for happiness but there's also a little bit of sad moments so it's like a bit of everything out of it so hope you enjoy the movie